Warum? Du siehst einfach, wie Noah dir entgegenkommt. Nee, das war ich. Das ist von Moritz. Das ist von Moritz. Das hätt sich Simon gesagt, dass es irgendwas Dunkel zu wissen ist. War ich das nicht, dem er entgegenkommt? So, herzlich willkommen alle Freunde, wir sehen uns wieder zu Among Ees. Hier ein Ding ist das Gegenteil von Dunkel. Komisch. Ich hätt gedacht, dass er mir entgegenkommt. Erstmal Licht aus. Ich weiß, wer es ist. 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 Wer hat denn jetzt nicht ausgemacht? Äh, angemacht. Ich weiß, sorry. Ich hab's nicht viel angemacht. Für euch. Ich auch, ich war auch da. Simon Says. Wieso ist der Typ da eigentlich die ganze Zeit hinter mir? Ich weiß es nicht. Oh, das geht aber schnell hier. So. Dann machen wir gleich mal hier Party. Simon ist nämlich mal hier. Und er guckt mich die ganze Zeit an. Dieser Simon, ey. Fass es nicht. So, ich würd gerne hier reingehen. Und hier hingehen. So. Oh Gott, die sind gleich fertig, Leute. Die sind einfach gleich fertig. So. Oh. Das ging aber schnell. Du, 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 du. Ich geh hier mal kurz auf Kai rum. Äh, muss nämlich kurz was machen. Tatatatata. Wunderbar. Und ja. So, dann können wir weitergehen. Mhm. Hier liegt niemand. Liegt Leon denn hier hinten? In admin, ähm, vorm, 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 vorm download. Mhm. Ich war grad, also davor, äh, mad. Und da hat sich Dings scannen lassen. Ja. Du. Ich. Ja. Ja, Simon hätte ich jetzt auch, äh, safe eingestuft. Der ist nämlich ganz schön oft mit mir rumgelaufen. Und er hat das gemacht. Ja. Moritz war's glaub ich auch nicht, der war AFK. Ja. Der stand da aufm Flur und stand da. Und stand da und stand da. Von daher ist es entweder Lexi oder Noah. Also, ich hatte erst, äh, ja, ich war erst in Electrical, glaub ich. Und hatte da, ähm, ich glaub die Condensate-Taste gemacht. Ähm, und, dann war ich, ähm, schon im Reaktor, ähm, beim Reaktor starten, als, ähm, der Reaktor-Welder kam, hatte den dann, den Reaktor dann, wird ausgemacht und, ähm, dann weiter in den Reaktor gestartet. Mhm, mhm, mhm. War Conny beim Reaktor? Glaub, ähm, mhm. Weiß nicht. War auf jeden Fall drei insgesamt, weil ich hab den nicht angemacht. Also ich weiß, dass das Mor und, äh, Leon da drin waren. Ja, Lexi war auch da. Ja. Weil da könnte es auch Moritz sein, wenn Conny nicht da war. Ah. Ich würd skippen, wir sind, glaub ich, sogar halbwegs. Ich würd skippen, wir sind halbwegs fertig mit Task, glaub ich. Ah, ja. Ja, ich brauch noch eine halbe Task noch. Äh, ich weiß es grad nicht auswendig. So, ich tue jetzt so, als ob ich hier rumlaufe. Ja. Aber ich entmute mich jetzt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen leiser, okay? Okay. Sorry. Zack, zack, zack. Der Hühner, der ist ab. Hühner, der... Wieso ist hier oben eigentlich zu? Hallo? 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 Hiiiii. Hiiii. Hiiii. Hier, bitteschön. Wiii, Hiiii. Hiiii. Oh, was? Simon ist tot? Ja, ich habe Simon gefunden vom Eingang von Matt Bay. Also ich war mit Simon fast die ganze Zeit zusammen, aber am Ende waren wir zusammen eigentlich. Ja. Bist du von Matt hochgelaufen oder bist du von links gekommen? Wer? Ja, du Lexi. Ich bin von links gekommen. Also könnte man auch im Notfall noch den Schacht da benutzen. Hä? Wo war denn Loa? Also ich habe gerade zwei Tanks gefilmt und bin deswegen auch da oben entlaufen. Und als ich dann den Storys gespielt bin, sind irgendwie die Töne zugegangen. Von der Kapitalien oder so. Und ich muss noch einen Tast machen. Ich muss noch zwei Drähte machen. Ich bin fertig. Also ich bin auch fertig. Ich muss noch... Ich muss nur den Shields machen. Ja, das ist entweder El Granger oder Noah. Ich muss sagen, El Granger ist natürlich mit Simon hochgelaufen. Das ist schon sehr verdächtig. Und da bin ich nach rechts gelaufen. Deswegen möchte ich ja gerne wissen, wo Noah war gerade. Also ich war gerade im Lower Engine. Und äh, ich kam von, äh, von dem, äh, original von Storage, ähm, bin ich zu Upper Engine gegangen. Und dann wieder zu Storage, dann zu Lower Engine. Wollen wir Skippen und die Tasks fertig machen? Wo ist denn Conny gestorben? Ähm, vor in Admin, das habe ich auch... Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja gut, dann ist es logisch. Was ist logisch? Na, der Killer. Wieso will mich Leon eigentlich mal aus haben? Immer. Immer, immer, immer. Ist richtig lächerlich, ganz ehrlich. So. Ich muss jetzt noch einmal hier das hier machen. So. Sehr schön. Gäbs kein Schacht, ne? Doch, da. Ach, scheiße. Ah. So, es geht nur so. Naja. So, hier schließen wir einmal ab. Da kommt nämlich der Tankasch hier. Hallo, süßer. Ach, Mann. Ist mir fertig. Hm. Mies. Ja, ne? Ich habe auch gehofft, dass einer tot ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass jemand tot ist. Ja, dann wäre es klar gewesen. Ja, weiß ich nicht. Ich bin immer noch hier für wen, was ich gehe. Also, ich sage nichts sonst. Ich sage jetzt, dass du das hier leidest, muss es sein. Wie war ich denn? Nein. Heih, nein, nein, nein. Ja, ja, nein. Ich glaube, Noah hat jetzt damit gerechnet, dass du wieder auf mich gehst, Leon. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es schließen sich jetzt ganz neue Möglichkeiten. So. Wir machen als erstes mal eine Taschenlampe hier. Oh Mann, das war lustig. Hä? Hä? Ist es wieder aus? So, jetzt aber. Da. Da ist er zu. Tja Moritz, das mit der Taschenlampe noch am Ende ist. Spätestens als er die Tür zugemacht hat, war es mir klar. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte, weil ihr beide wart ja schon fertig. Moritz hat sich schon am Anfang verbracht. Ja, ich habe nicht gesehen, dass ich mich aus Versehen entmutet habe. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich schon aufgegeben, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr wart lost. Was für lost? Ja. Doch mir doch klar, dass es...